So gucken, wollen wir los? Wenn wir rausgehen? Oh, Wecken und Strecken. Ja. Hey. Guck mal hier hin. Oh, super. Oh, schließen, fertig. Tag, heute ist Donnerstag, der 15.04.2016 und der Steve hat in einem der letzten Videos angemerkt, dass er nicht versteht, warum ich in der einen Zähne dem Hund das Halsband abmache und dann in der nächsten Zähne wieder rausgehe. Das war nicht ganz so. Zwischendurch hat man auch gesehen, dass ich reingegangen bin. Und ich glaube, ich habe zumindest in der Szene, wo ich raus bin, wieder mit dem Hund auch die Uhrzeit eingeblendet. Allerdings ist das schon verwirrend, glaube ich. Und manchmal ist man ja so, wenn man schneidet, auch ein bisschen Betriebsblind. Und was dann wirklich zu sehen war, war folgendes, dass morgens die erste Runde mit dem Hund mache ich so gegen halb sieben, sieben, so wie jetzt. Ich stehe meist so gegen sechs auf oder werde gegen sechs wach und stehe dann auf. Dann gehe ich die erste Runde mit dem Hund. Und wenn ich wieder zurück bin, trinke ich Kaffee, schneide Videos oder kümmere mich um andere Aufgaben am Rechner, die ich ganz selten filme, weil das langweilig ist, glaube ich. Außer ich würde vielleicht einen Timelapse draus machen oder das noch mal sehen. Das kann ich mir die nächste Zeit ja mal überlegen. Und ja, gegen neun, manchmal auch ein bisschen später, gehe ich dann zur großen Runde mit dem Hund, die meist so eine Stunde ist, je nachdem, wo wir hingehen und was wir tun und wie viel Zeit wir haben. Und ja, dadurch kommt es dann zustande, dass wir in eine Einzähne, Cookie hier, dass wir in eine Einzähne reinkommen. Das Halsband gerade abmachen und in der nächsten Zähne Halsband wieder anmachen und wieder rausgehen. Also müsst ihr immer daran denken, dass ich um sechs oder so aufstehe und die erste Runde mache und um neun dann die nächste große Runde. Das Frühstück esse ich auch nur, wenn irgendjemand hier ist. Oh mein Gott. Ohne geht's zu mit neun Hund und ich bleib hier auf dem Bett liegen. Träume weiter. Dann bleib ich eh liegen. Wir bilden nicht so viel Lust gerade, ne? Ne, er bleib ich liegen, weil ich hab frei. Ich muss nicht machen, ich hab Urlaub. Aber ich muss arbeiten. Tja, ist mir doch egal. Geh doch mal ein bisschen Ruhe, oder nicht? Ich hab gestern schon den Weg. Und dann, wir gehen jetzt an den Strand. Dem Hund ist nämlich egal, ob wir Lust haben oder nicht. Der will raus. So, nachdem ich also heute Morgen die erste Runde mit dem Hund gemacht habe, die kleine Runde, mache ich jetzt nach dem Schneiden vom Video die große Runde. Meine Schwester kommt natürlich mit, wenn sie schon mal hier ist. Und es ist jetzt neun Uhr noch was. Uhrzeit blende ich ja meistens unten ein, in dem Fall. Und so kommt es manchmal zustande, dass ich den Hund das Halsband abmache und danach gleich wieder anmache und losgehe. Warte mal, komm mal her. Pucki! So, wunderschön. Halt! Hey! Halt, Fieber! Es gibt doch bestimmt einen besseren Begriff für den Beruf als Müllmann, oder? Es gibt ja bestimmt einen, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja bestimmt einen Fachbegriff, der sich, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen positiver anhört als Müllmann. Aber auf jeden Fall möchte ich in den Kaiserbädern, also Müllmann ist generell kein leichter Beruf, glaube ich. Die werden gut bezahlt, hat aber immer diesen, diesen Touch von, weiß ich nicht, haben nicht den besten Beruf und an sich ist sicherlich auch ein sehr schwerer Beruf, glaube ich. Aber in den Kaiserbädern, oder generell hier auf Usosam möchte ich den Job noch weniger machen. Erstens hast du Probleme, überall durchzukommen, weil die Straßen sehr eng sind, dann stehen überall Autos immer rum, und alle parken, wo sie wollen. Und zweitens die ganzen Küchenabfälle, also die riecht so schön im Vorbeigehen oft, wenn ein Mülltag ist, aber, boah, also mir tun ja echt leid. Ich möchte ihn nicht machen, den Job. Komm, komm. Trotzdem wäre ganz gut, wenn man Tag Freiheit hätte, wenn du hier bist. noch mal in der kreis verfahren können oder sonst machen kann irgendwie noch menschen also ich habe ja immer ein schlechtes gewissen wer arbeiten muss und gucke alleine lassen muss jetzt bist du da und ich habe trotzdem schlechte die wissen ich weiß dass cookie gut hat jemand ist da und ich weiß dass ihr euch alleine beschäftigen können aber ein schlechtes gewissen hat trotzdem ist doof naja aber ne weiß ich aber wie gesagt ich weiß auch dass ihr euch beschäftigen könnt falls ihr doch langweilig sein sollte konnte gerne putzen nein nein wirklich verlangen und spaß ja so ich muss mich jetzt zur arbeit und heute abend auch nichts mehr aufnehmen fing auch ein bisschen doof wenn nur kurz kurz davor ist in bett zu gehen oder schon so wir nochmal mit der videokamera rum zu rennen und naja ich habe die linse heute schön in sand geschmissen aber ich brauche definitiv bald ein neues objektiv zumindest ein weg platz film viel aufnehmen muss mal irgendwann wie auch immer ich wollte um etwas anderes erzählen aber ich weiß nicht mehr das war es für heute schluss hier ich danke euch für eure aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten video tschüss tschüss ey los guck ich hab noch keine Zeit komm los oh ach mich es und es 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 es